So, liebe Zuschauer, erstes kurzes Update. So, es ist jetzt circa 12 Uhr, 5 nach 12. Der Demozug zieht nicht wie geplant um 5 nach 12 los, sondern aus logistisch-organisatorischen Gründen geht es erst um 12.30 Uhr los. Es wird dann erwartet, dass der Demozug ankommt am Brandenburger Tor gegen 14.30 Uhr, wo dann größere Abschlussreden von Menschen wie Didi Hallervorden und anderen bekannten Größen aus der Musik- oder Medienbranche zu erwarten sind. Was wir hier jetzt vor uns sehen, ein kleiner Schilderwald. Sehr deutsch, aber gehört natürlich auch zu einer Demo. Und bedeutet, dass jeder sich hier ein Schild nehmen kann, um diese Demo zu unterstützen. Da haben die Veranstalter quasi gesagt, schon per Durchsage, Leute, packt zu, nehmt euch ein Schild. Und ja, an sich eine schöne Idee. Und ja, dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind, denke ich, wenn die Leute am Brandenburger Tor dann einziehen und dort die Abschlussreden zu hören sind, wieder dabei mit einem Beitrag. Und ja, bis dahin seid hier oder schaltet wieder ein.